Hallo, mein Name ist Frank Lewalski. Ich möchte euch in meinen Augen ein sehr nützliches Teil vorstellen. So haben wir hier einen Falteimer von der Firma Anaconda. Wir haben ja immer mehr Teckl im Auto, immer weniger Platz. Das heißt, so ein Eimer ist ideal. Steht immer neben der Abhackmatte, alles drum und dran. Hier, weil man kommt ja nicht überall ins Wasser dran, da haben wir auf einer Spindel zehn Meter Schnur dran, dass man das auch mal am Stech oder an der Mauer ablassen kann und kann Wasser schöpfen, ohne dass man die Leiter oder sonst was runterkrabbeln muss oder die Gefahr besteht, dass man ins Wasser reinfällt. Ich zeige euch nachher noch einmal, wie man das Wasser holt mit dem Eimer. Wie gesagt, ist nichts Neues, aber ist in meinen Augen eine sehr nützliche Erfindung. Ist richtig massiv und man hat keinerlei Probleme, den Eimer voll mit Wasser zu schöpfen und aus dem See rauszuholen oder aus dem Fluss. Schaut hier, einfach ins Wasser schmeißen, dann kann man ohne groß zu bücken, alles kann man den Eimer wieder rausheben, weil wir werden ja auch immer älter und perfekt zum Weg drauf ruhen. Er wird ihm abhackmatte zu stellen. Wie habt ihr ja jetzt gesehen, unser Anaconda Pull-Up-Bucket heißt das Teil. Ist ein sehr nützliches Gimmick, das eigentlich in meinen Augen jeder Karpfenangler haben sollte, weil man nie Probleme hat, an Wasser zu kommen. Ist in meinen Augen ein absolut perfektes Kleinteil, was eigentlich jeder gebrauchen kann.